Willkommen zur ersten Ausgabe von Sputtis Meinung zu meinem kleinen persönlichen Blog oder wie ihr das auch immer an dieser Stelle nennen möchtet, zu aktuellen Themen rund um Guild Wars 2. Da geht es um Patches, da geht es um Blogs, da geht es um alles mögliche, was wir in letzter Zeit erfahren haben oder beziehungsweise noch erfahren werden. Das ist ein ganz neues Projekt, über das ich mich ziemlich freue, weil ich häufig gefragt werde, hey Sputti, was hältst du hier von, was hältst du davon, was würdest du sagen, wie sieht die Änderung aus und ähnliches. Und jetzt kann ich sagen, hey, schau einfach in das Video und dann weißt du über meine Meinung Bescheid. Und ich denke, gerade der aktuelle Anlass mit dem Blogpost zu den PvP Rewards ist so die perfekte Möglichkeit, dieses Video oder diese Videoreihe einzuführen. Vielleicht kurz vorneweg, was ist passiert? Es wurde heute, ja, Nachmittag ein kleiner Blogpost released zum Thema Belohnung im PvP. Da geht es allgemein darum, dass es keine Trennung mehr zwischen PvE und PvP-Kleidung gibt, dass generell das System zum Equipment ein bisschen überarbeitet wurde. Das Thema Erfolge, das Thema Belohnung im PvP, all das so im Allgemeinen wurde überarbeitet. Und auf unserer Seite, muss man sagen, hat das einen ordentlichen Hype ausgelöst. Hey, endlich Belohnung für PvEler, es ist lukrativ, wir haben bestimmte Belohnungsketten, über die wir kurz gleich sprechen werden und ähnliches. Aber, und das wird von vielen übersehen, nur weil es für einen selbst gut ist, muss es nicht zwingend für alle gut sein. Und ich betrachte diese Sache, diesen Post, diese Änderungen jetzt mal so ein bisschen aus der Sicht von Hardcore-Pvp-Lern. Wobei man sagen muss, okay, ich habe jetzt nicht so viel gespielt, dass ich mich selbst als Hardcore-Pvp-Ler bezeichnen würde. Aber als Shoutcaster ist man recht nah an den Leuten dran, kennt so die eine oder andere Geschichte, die eine oder andere Sorge. Und da denke ich, ist es ganz okay, wenn ich das aus meiner Sicht erzähle, aber trotzdem sage, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Fangen wir vielleicht erstmal beim ersten Punkt an, gemeinsame Kleidung. Grundsätzlich klingt das erstmal ziemlich gut, es gibt keine Trennung zwischen PvE und PvP, alles was man in PvE hat, wird mit ins PvP genommen. Was PvPler jetzt in PvP haben, können sie mit ins PvE nehmen. Grundsätzlich, ja, eigentlich keine schlechte Idee von ArenaNet, es hebt so ein bisschen diese Trennung auf, diese Angst, okay, ich komme ins PvP, weiß gar nicht, was ich an Rüstung trage, etc. Das fällt so ein bisschen weg, gleichzeitig kann man seinen Lieblings-Skin beibehalten und so wird diese Trennung so ein bisschen aufgehoben. Das heißt, die Grundidee davon ist gut. Kritisch wird es dann, wenn man sich so ein bisschen klar wird, worum es eigentlich im PvP geht. Denn natürlich, Skill steht im Vordergrund, aber man möchte den Skill irgendwie zeigen. Und die beste Art, das zu zeigen, ist ein Rang oder ein Ranking in der Ladder oder besondere Ausrüstung. Der Rang ist zurzeit so ein Problem, sogar nochmal ein extra Problem, weil durch den Blogpost, das heißt, das schieben wir mal nach hinten. Über das Ranking müssen wir nicht reden, die aktuelle Ladder ist nicht so nützlich, wie sie auf den ersten Blick scheint. Sie hat einige Schwächen, muss überarbeitet werden in der Zukunft und wird es auch in der Zukunft werden. Das bedeutet, auch der Punkt fällt erstmal flach. Also haben PvPler im Prinzip noch die Option Rüstung. Und die wird jetzt so ein bisschen dadurch verdorben, dass halt PvEler, die das erste Mal das PvP betreten, sofort mit einem Legendary auftauchen. Das heißt, wer sich im PvP 1 gebastelt hat, kann damit sofort im PvP auftrumpfen. Gut, jetzt kann man dagegenhalten. PvPler haben dafür jetzt die Chance, Legendaries zu bauen. Das ist im Prinzip auch richtig. Darum sehe ich diesen Punkt nicht ganz so kritisch. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich finde es scheiße. Andere Leute sagen, hey, freut euch doch, mehr Spieler. Ich denke auch nach diesem Motto, freut euch doch, mehr Spieler. Kann aber den Knicks bei dem einen oder anderen verstehen, der sagt, ja, die kommen jetzt mit Legendaries. Ich habe nichts, obwohl ich so und so viele Stunden im PvP verbracht habe. Und sie gerade ihre ersten 10 Minuten. Na gut, also das ist so ein Punkt, da stimme ich noch mit Arenanet überein. Dann kommen wir so ein bisschen zu Punkt 2, nämlich wie das Equippen abläuft. Und da gibt es den ersten Knackpunkt, würde ich sagen. Und zwar läuft das im PvP jetzt so. Ihr könnt oben auf diesen Button drücken, auf dem Bild steht, und könnt euch dort Equippen. Dazu rüstet ihr eine Rune aus, ein Amulett aus und 4 Sigile. Das ist es. Das ist auch insoweit erstmal nicht verkehrt, zumindest auf den ersten Blick, weil ihr behaltet eure PvE-Rüstung an. Die Stats sind irrelevant im PvP. Die kommen hauptsächlich über die Runen und das Amulett. Nur gab es mit dieser Änderung etwas, was auf den ersten Blick gar nicht so stark auffällt, aber durchaus wehtut. Und zwar ist man an eine Rune gebunden. Das heißt, wer jetzt bisher ein Set gefahren ist, 2-2-2, zum Beispiel für extra Zustandsschaden und Zustandsdauer oder für extra Machtdauer oder ähnliches, muss auf dieses Runenbild verzichten. Und zwar vollkommen. Ihr habt nur die Auswahl zwischen den Runensets. Die werden zwar zum Dank vergrößert mit zwei zusätzlichen neuen Runensets, aber ihr habt nur die Wahl zwischen dieser einen festen Rune. Das schränkt das PvP-Bild ein. Schlimmer wird es da allerdings noch bei dem Amulett, denn dort war es bisher so, man konnte das Soldaten-Amulett mit dem Berserker-Juwel kombinieren. Das fällt weg. Juwele im Allgemeinen fallen weg. Das heißt, die Stats sind jetzt automatisch integriert. Berserker-Amulett hat jetzt automatisch das Berserker-Juwel mit drin und kann nur noch als Amulett ausgewählt werden. Das nimmt wieder ein bisschen was an verschiedenen Builds einfach raus aus dem Spiel, weil man eben darauf verzichten muss, hier eine Kombination aus Damage und Schaden oder ähnlichem zu wählen. Das ist so ein Punkt, da habe ich vor allem viel Kritik gehört aus dem PvP-Bereich. Das heißt, das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt für einige PvP-Ler. Hier verstehen sie auch den Schritt nicht, warum. Ich meine, es hätte jetzt nicht viel ausgemacht, ob man noch extra ein Juwel auswählen kann oder eben nicht. Das heißt, hier wurde offiziell zur Vereinfachung, aber eigentlich, also offiziell wurde es zur Vereinfachung verändert, aber eigentlich ist das ein Schritt ins Negative. Das gleiche gilt ein bisschen für die Runen. Zwar wird es wahrscheinlich mit dem neuen Patch eh seltener zu 2-2-2-Kombinationen kommen, aber sie sind ja von der Grundidee nicht ausgeschlossen. Kommen wir also dann so ein bisschen zu Punkt 2, äh, zu Punkt 3 auf der Liste und die fällt auch sehr, sehr, oder dieser Punkt fällt auch sehr, sehr negativ auf. Das, äh, System der Ränge wird überarbeitet. Wer bisher, also ab Rang 39, wird es ab jetzt so sein, dass es nicht mehr ansteigend ist, was man pro Rang braucht, sondern linear gleich bleibt. Ihr werdet immer Punkt 20.000 Rang brauchen, um zum nächsten Rang zu kommen und wer bisher, und es wird auch nachträglich geändert, das heißt, wer bisher schon weitergespielt hat, wird diese Änderung merken. Alle die, die Rang 56 oder höher sind, werden automatisch Rang 80 erreichen, damit den Maximalrang und damit den Drachen-Emote. Gut, und das ist ein Punkt, der hat sofort, sofort viel, viel Widerspruch aufgerufen. ArenaNet begründet es damit, dass sie, ähm, so ein bisschen, ja, es ist einfach frustrierend ist, am Ende die Ränge zu sammeln. Es dauert dann Monate, um überhaupt einen Rang zu bekommen und sie möchten es halt so halten, dass man im Prinzip 2-3 Ränge im Monat schaffen kann, ab Rang 39. Und es wird auch so sein, ähnlich wie im PvE, wenn man über Rang 80 hinauslevelt, kriegt man trotzdem bei 81, also theoretisch, wo 81 käme, eine weitere Belohnungstruhe. Das heißt, man farmt den Rang nicht umsonst, aber man verzichtet halt auf diese wirkliche Rangerhöhung und steht bei 80 permanent. Das ist halt bei einigen, äh, PVPlern, mit denen ich mich unterhalten habe, sehr, sehr negativ aufgefallen und sie haben es sehr, sehr negativ aufgefasst auch. Es steckt natürlich Arbeit hinter diesen Rängen und deshalb war man stolz, wenn man 60, 70 erreicht hat. Vor allem profitieren davon überwiegend die Skyhammer Farmer, die zwar relativ wenig geworden sind, beziehungsweise die nicht so viele waren, aber die halt trotzdem jetzt enorm Kapital daraus schlagen. Das ist vielleicht der Punkt, der am meisten noch in der Kritik steht. Kommen wir dann zum nächsten Punkt und das ist, äh, die allgemeine Belohnung durchs Spielen, was früher so eine Truhe gegeben hat mit Rüstung drin plus, äh, Ruhm, wurde jetzt geändert in ein bisschen Gold und wird jetzt nochmal geändert in ein, ähm, ganz, ganz neues Reward-System mit verschiedenen Belohnungspfaden, die sich teilweise auf, was PVP-spezifisch ist, aber teilweise auch auf Dungeons und Regionen konzentrieren. Das genaue System könnt ihr euch nochmal in unserem Mitschnitt, äh, zum Ready-up anschauen, was wir dann am Samstag veröffentlichen werden. Aber, was halt wichtig dabei ist, ist, man bekommt sehr, sehr viele PVE-Belohnungen. Das heißt, ihr bekommt Dinge, äh, aus Dungeons, ähm, Champion-Beutel, Level-Ups im PVE, ähm, Materialien, die Shocks of Precursor, mystisches Glücksklee, all dieser Teil, äh, alle diese Dinge werden ins PVP implementiert. Was schön aussieht, äh, für den PVEler, der einen Grund sucht, warum er PVP spielen soll, wirkt halt nicht so gut bei PVP-Lern, die sagen, hey, wenn ich PVE-Rewards will, gehe ich ins PVE. PVEler möchten etwas haben, das zum einen PVP-spezifisch ist und zum anderen, was auch ihren Skill, ihren Spiel-Level so ein bisschen widerspiegelt. Das heißt, und das ist nämlich der Knackpunkt hier, alle Rewards sind, ähm, einfach über Spielzeit zu bekommen. Um diese Dungeon-Rewards zu schaffen, um die Regions-Rewards zu schaffen, um auch diesen besonderen PVP-Bereich abzuschließen, müsst ihr nur viel spielen, nicht gut spielen. Und das ist der Hauptkritikpunkt an diesem Blogpost, an dem kommenden Patch. Es wird einfach belohnt, dass ihr spielt, nicht wie ihr spielt. Natürlich geht es schneller, wenn ihr gewinnt, aber ihr habt drei Wochen oder mehrere Wochen Zeit, um so einen Belohnungsbereich abzuschließen. Aber ihr braucht die Zeit nicht, wenn ihr eh schon PVP spielt oder ihr habt die Zeit schon lange eingeplant, wenn ihr PVPler seid. Es ist ein Anreiz für PVEler, ins PVP zu kommen, was im Prinzip ein guter Move ist. Keine Frage, ja. Also, man kann Arena nicht so wirklich einen Vorwurf machen, aber mit diesem Move belohnt man halt nicht unbedingt die vorhandenen PVPler, sondern neu einsteigende PVEler. Genau, und das ist der Hauptkritikpunkt. Dazu kommt halt wirklich diese Änderung am Rang, die sehr, sehr negativ bei vielen aufgefallen ist, und diese Änderung an den Juwelen von den Amuletten und an den Runen. Ein ganz, ganz kleiner negativer Punkt, der ebenfalls noch damit einhergeht, ist, dass man sich diese Runen und Sigile mit Gold freischalten muss. Neue Runen, neue Sigile, neue Amulette. Vom Prinzip her auch hier wieder, die Idee ist nicht verkehrt, man möchte Anfänger nicht überschwemmen, man möchte Leute dafür belohnen, dass sie spielen, ein klein bisschen Progress in die Sache bringen. Das ist vom Grund auf nicht verkehrt, aber 10 Gold für ein neues Amulett, eine neue Rune und ich glaube 3 Gold für ein neues Sigil, da greift man schon ordentlich in die Tasche von PVPlern. Und wer halt bisher viel PVP gespielt hat, ist nicht unbedingt reich dadurch geworden. Das heißt, das ist auch nochmal so ein leichter Knackpunkt. Das summiert sich halt. Es sind die Kleinigkeiten, die an diesem Patch nicht positiv auffallen, die sich dann hochsummieren. Es ist schön, dass man einen neuen Belohnungsbereich hat. Es gibt sicherlich den einen oder anderen PVPler auch, dem dieses Belohnungsprinzip aus dem PVE gefällt. Es lässt sich auch sehr, sehr schön mit dem PVE kombinieren. Es war da die Rede, dass man bei diesen Dungeon-Bereichen einfach den Story-Mode von dem Dungeon machen muss, um dauerhaft im PVP diese Belohnungslinie freispielen zu können. Aber das ist halt nicht das, was PVPler wollen. PVPler wollen sich vergleichen. PVPler wollen zeigen nach außen, dass ihr Skill höher ist als andere. Das war bisher der Rang. Der Rang allerdings fällt komplett weg. Die Rangliste fällt weg und jetzt fällt auch das Aussehen weg. Das heißt, es bleibt nicht viel übrig, was einen PVPler wirklich motiviert. Einen guten, also einen Hardcore-PVPler. Ich spreche nicht für den Durchschnitts-PVPler, der auch mal ins PVE schaut, sondern ich spreche vor allem für die, oder was heißt, ich spreche nicht für die Spieler, aber ich spreche halt in dem Gedanken an die Spieler, dass halt diese Bereiche nicht ordentlich ausgeführt werden mit dem Patch. Für die, die ganz oben spielen, ESL, Weekly Cups, Team Q ähnliches, das sind so die Leute, die einfach nicht viel von dem Patch haben, wenn wir ehrlich sind. Allerdings hat ArenaNet auch in dieser Hinsicht schon versprochen, dass natürlich weitere Änderungen folgen in Bezug auf Season und ähnliches. Da soll dann wirklich für diesen, da soll wirklich der Skill belohnt werden und nicht das Spielen an sich. Zurzeit ist aber das Spielen an sich im Vordergrund, um die Community zu vergrößern. Das heißt, auch gleichzeitig, wenn ihr den PVP-Bereich verbessern wollt, spielt auch wirklich PVP. Mit den neuen Rewards lohnt sich das sicher für den einen oder anderen PVEler, auch mal ins PVP zu schauen. Aber behaltet immer im Hinterkopf, für die Hardcore-PVPler ist diese Änderung nicht zwingend positiv. Ja, im Prinzip war es das schon mit diesem kleinen Video. Ich weiß, einige werden sich wahrscheinlich mit meiner Meinung nicht identifizieren können. Ich verstehe das auch. Es ist meine Meinung. Das ist die Idee hier hinter Spuddis Meinung zu, oder hier in diesem Falle zu dem Blogpost. Wenn euch generell gefällt, dass ich Videos mache, in denen ich meine Meinung mitteile, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst mich bitte auch eure Meinung zu diesem Blogpost in den Kommentaren wissen. Ich möchte unheimlich, also mich interessiert es unheimlich, was ihr wirklich über diesen Post denkt. Und ja, ansonsten liked das Video, wenn es euch wirklich gefallen hat. Teilt mir mit, wenn ich öfter sowas machen soll, abonniert, besucht GateNews und wir hören uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin und viel Spaß im PVP.